Unser Land ist zutiefst gespalten. Andersdenkende werden gesellschaftlich isoliert und an den Rand gedrängt. Ob Demonstrationen für Grundrechte, alternative Parteien, alternative Medien oder alternative Arbeitnehmervertretungen, alles, was nicht Mainstream ist, wird markiert und bekämpft. Sicherheitsbehörden registrieren eine stete Eskalation der Gewalt in der politischen Auseinandersetzung von Linksextremen. Die einen liefern die Totschlag-Argumente, die anderen führen den Totschlag aus. Wer einmal zum Verschwörungstheoretiker, zum Rechtspopulisten oder zum Nazi stigmatisiert wurde, ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Abschuss freigegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017